Hi ihr kleinen Stinker! Nein, ihr doch nicht! Ihr seid doch Leute, die sich bestimmt ganz oft duschen und so. Ja, wir sind hier im Schloss und hier irgendwo muss ich jetzt hin, aber ich weiß jetzt nicht genau wo. Oh scheiße, hab ich irgendwas gedrückt? Boah, werd ich hier nicht schlau. Was für ein riesengroßer Ort. Scheiße nochmal. Okay, ich hab echt keine Ahnung, wo ich hin muss. Also hier irgendwo gibt's eine geheime Arena oder sowas. Und da heißt es, da kann man kämpfen. Aber da werd ich jetzt, glaub ich, noch lange suchen müssen. Lange suchen. Ihr wisst es bestimmt schon, wo es ist. Hier ist dieses magische Bett, aber ja, es ist wie immer. Ich wollt auf Nein, aber es hat auf Ja gemacht. Ich geh nur auf Nein, aber der geht dann du du zweimal und jetzt muss ich denn dieses verfickte Traumwelt wieder. Oh Mann, ich hasse es. Ja, ja. Ich mein, diese Anzeige, willst du die Traumwelt besuchen, die ploppt ja sowieso automatisch auf. Ich versuch dann wirklich auf Nein zu gehen und es ist echt schon nicht das erste Mal. Es passiert, als ich dann irgendwie gegen meinen Willen trotzdem da rein bin. Weil ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, das sich echt komisch steuert, wenn man da auf Nein gehen will. So. Also, da war schon mal nicht die geheime Arena, hm? Irgendwie Kokosnussmusik. Ist doch so ein Ich war noch Gegner und sowas. Ja, genau. Ach, keine Ahnung. Ich bin doch hier locker falsch. Ich hab keine So keine Ahnung, wo ich hin muss, ne? Wirklich nicht. Gib mir irgendwas eine Hilfe oder so. Tipps. Kampf Arena, die irgendwo im Kissen-Schloss sein soll. Ja. Ja. Okay, ich krieg wirklich keine weiteren Hinweise. Aber es können natürlich auch in der Richtung liegen, theoretisch. Ne, aber ich weiß nicht, ob das jetzt noch zum Schloss selbst gehört. Gehen wir mal woanders hin. Ja. Also, hart gesagt, gehen wir eigentlich den Weg zurück, den wir gerade hergekommen sind. Jetzt haben wir immerhin schon zwei Minuten lang irgendwie damit verbracht, echt gar nichts zu machen. aber das liegt mir halt wohl. Gucken wir mal hier oben. Ja, ich wünsche, es würde irgendwo ein Dialog aufkommen. Moment, da war ich noch nie drin. Hier war ich noch nie. Was ist hier? Der ist ja von der Angriff, also bin ich gelaufen. Ja, okay. Eigentlich interessiert mich das nicht. Aber hier gibt es irgendwas. Auf jeden Fall schon mal eine Münze. Bzz, schnork. Mh, er schläft. Irgendwie, oder? Dürfst vor sich hin? Wow, Moment. Oh, wie ging das nochmal? Ja. Genau. Ich glaube, hier konnte ich vorher noch nicht hin. Und hier kann ich erst jetzt hin. Es könnte schon der richtige Weg sein. Scheint so, als hätte ich lange gebraucht, oder? Gut, sonst wisst ihr ja, wo der Bereich ist ganz ja in der Nähe. Ihr könnt euch dort ausgucken, wenn ihr wollt. Ja. Ist hier die Arena? Nein, das sieht mir aus wie ein... Keine Ahnung. Ist das ein Shop? Das ist eine Übernachtung. Man kann hier übernachten. Das hat gegrößt. Eine Übernachtung kostet 10 Münzen. Nein. Guckt, hier ist das gar nicht so. Wenn ich auf Nein gehe, geht er auf Nein. Wenn ich auf Ja gehe, bleibt er auf Ja. Egal, wie sehr ich versuche, irgendwie wieder nach rechts zu gehen, obwohl der Cursor auch rechts ist. Das ist irgendwie nur mit diesem Indie-Traum-Welt. So, irgendwie, ich weiß auch nicht. So, jetzt haben wir ja ganz schön viele Türen. Boah, auf welchen Weg sollen wir hier zuerst gehen? Boah, achso, das sind alles so Zimmer zum Übernachten. War das alles? Oder wird das alles sein? Bei mir ist alles aus Stein immer noch. Ja, mehr scheint hier wohl auch nicht zu sein. Aber ich behalte das alles im Auge. Kann man den Schrank öffnen? Nö. Kann man nicht. Geld ist immer gut. Oh, Yoshi, es ist ja super. Wenn es am Flughafen gelaufen ist, bin ich wieder hier. Der Flughafen war nicht so gemütlich. Das Hotel ist es umso mehr. Das Essen hier im Hotel ist so gut. Und deshalb bin ich einfach hier wieder hinkommen. Cool. Keine Geheim-Items. Auch nicht da hinten oder so? Okay, dann nicht. Hier sind nur Yoshis. Bohnen-Menschen. Die sind ein wenig teuer, aber das ist mein Schatz mehr wert. Jetzt hat es sich gelohnt. Sie ist so glücklich. Ja, ich weiß. Ich will aber mit dir da reden. Ich weiß, wie hat mein Mann gearbeitet hat und gespart hat. Das ist alles nur, damit wir uns dieses Hotel leisten können. Das ist wirklich das Beste. Ich war so gerührt. Okay, das juckt mich echt nicht im geringsten. Ich will hier irgendwie weiterkommen in diesem Spiel. Nicht mal Items habt ihr. Schäbt ihr euch denn nicht? Okay, letzter Raum. Drückt mir die Daumen, dass hier irgendwas ist. Keine Geheim-Arena. Tja. Das ist blöd. Ich habe gerade echt gedacht, das wäre es. Aber ich glaube, wir können auch hier noch weiter, oder? Na, guck mal. Hier ist nichts. Kann sein. Scheiße. Ich habe heute wirklich gedacht, das wäre... Dass... Ich meine, wo es im Spiel hier weitergeht. Aber ist es nicht. Hier kann man nur übernachten. Also ist hier nichts Relevantes. Ist das wahr? Haben wir uns ganz umsonst gefreut? Oder ich zumindest? Ach, scheiße. Tja. Geben die Tipps? Erzähl mir was über... Ne, gar nichts. Und du so? Ach, ne. Der sagt mir nur irgendwas doofes. Keine Ahnung. Hast du mir vielleicht was zu sagen? Meister Mario, Meister Luigi, kümmert euch um die Prinzessin. Ja, im Arsch. Toll. Hier gibt es nur Items. Gibt es auch manchmal ein neues Sortiment? Ich meine... In anderen Mario und Luigi spielen war es auch so, dass sie manchmal... Neues Sortiment angeboten haben. Aber hier... Ich meine... Nein, wirklich nicht. Das ist nichts Besonderes hier. Ach ja, der hat Orden am Start, ne? Boah, ich hab echt keine Ahnung, was man damit soll. Ach, wisst ihr was? Ich bin eigentlich zufrieden mit dem, was ich hab. Da brauch ich keine anderen Orden. Heilen ist okay. Wir müssen nur weitersuchen. Können ja auch nochmal nach dort gehen. Keine Geheimnisse hier. Hast du ein Geheimnis? Ne. Vielleicht draußen? Also... Auf dem... Auf der Anzeige, da stand ja... Es ist im Schloss irgendwo. Ich glaub nicht, dass ich hier richtig bin, oder? Boah, zur Hölle. Das könnte echt überall sein. Guckt euch an, wie groß das hier alles ist. Boah, ich hab so keine Ahnung, ne? Wo ich hin muss. Tja. Vielleicht... Gibt's ja... Wenn was beim Hintereingang. Das ist gar nicht der Hintereingang, oder? Nein, das ist kein Hintereingang. Definitiv nicht. Hier geht's einfach nur zum Berg zurück. Dann machen wir folgendes. Gessen, Schloss, Vorhalle. Ja. Wieder zurück. Wo... Wo wir angefangen haben. So, ich... Kann jetzt echt nur noch den Weg gehen, den wir doch ganz am Anfang gegangen sind. Oh, Moment. Oh, da war was. Also, da war so ein Puzzlestück. Nicht, dass ihr euch jetzt freut, dass ich endlich weiterkomme hier. Ja. Und jetzt... Ich gehe dann doch diesen einen Weg, den ich hätte vielleicht direkt gehen sollen. Warte, ich führe euch das echt nochmal vor. Hier steht Traumwelt besuchen. Ich gehe auf Nein, aber irgendwie geht der ständig dann auf 4A. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich liegt das am... Wisst ihr, woran das liegt? Das liegt an dem... Nicht an dem C-Stick. Wie heißt denn das? Das Schiebepad. Weil links heißt auf Nein gehen. Rechts heißt auf Ja gehen. Oben heißt aber auf Nein gehen. Und unten heißt wieder auf Ja gehen. Das heißt, wenn ich nach links und dann ein bisschen nach unten gehe, seht ihr, was da passiert? So voll das verrückte Zeug. So, jetzt bin ich auf Nein. Nein. Daran liegt das. Mal schauen. Vielleicht finden wir hier unser Glück. Also ich wäre echt dafür. Ich glaube ja an sich nicht dran, aber was... Wo soll es denn sonst irgendwo was geben? Es gab diesen Schatz ja wirklich. Was für ein Schatz. Der redet von irgendwas anderem. Hm. Okay. Gut zu wissen. Also das ist ein Ort, wo wir ziemlich am Anfang gespielt waren. Aber ich glaube, der eigentlich auch keine Relevanz mehr für uns hat. So, oder? Oh nein. Guckt euch das, Mann. So. Ja. Da sind überall Items, die schon aufgehoben wurden bereits. Oh, das noch nicht. Moment. Was? Hä? Wie kommt man denn? Ach so, da kommt man locker hin. Aber ich mach das jetzt mal auf die einfache Methode, die ich jetzt hab. Das ist echt was, was ich irgendwie vor langer Zeit hier mal übersehen haben muss. Okay, also es war schon mal nicht umsonst. Wir haben einen One-Up-Pilz bekommen. Durch die ganze Aktion hier. Kann ja auch sein, dass ich das im Let's Play doch schon gesammelt hab, aber... Ich musste ja einmal das Spiel aber auch ganz von vorne starten. Wegen irgendeiner Fehlaufnahme, die man vor Ewigkeiten macht. Zurück zum Theater. Ja, warum nicht? Tada! Hoffentlich war es das wert. Hier war ich ja auch noch nie. Also, das ist so eine Kantine wohl. Aber Kantine ist keine Arena. Und da? Ich glaub eigentlich nicht, dass es hier ist, aber... Gucken. Oh, scheiße, es ist doch hier. Die Zimmer. Ich frag mich, welchen Zwecke es dient. Sieht ja ziemlich extravagant aus. Scheiße. Es stand letztendlich fast hier im Schloss alles verändert. Nur hier herrscht noch die gleiche Atmosphäre wie früher. Traumbert, du kennst diesen Raum? Selbstverständlich. Hattet ihr es schon vergessen? Ich bin der ursprüngliche Besitzer, die dieses Schlosses. Ich würde euer Reiseführer sein. Versucht einfach mir zu folgen. Ja. Cool. Ich glaub, wir haben es jetzt doch. Ich hab schon gar nicht damit gerechnet. Wenn ihr eine Herausforderung zu schätzen wisst, werdet ihr diesen Ort lieben. Die Kampfarena. Hier träumt ihr von Kämpfen gegen schreckliche Gegner, die ihr bereits getroffen habt. Oh nein. Aber in euren Träumen sind sie stärker als vorher. Und ihr erhaltet Preise, wenn ihr sie besiegt. Wollt ihr euer Glück? Probieren. Ganz unbedingt. Euch erwartet die Herausforderung eurer Träume. Okay. Ich hab kein gutes Gefühl dabei. Muss ich sagen. Also das ist nichts, was wir uns einfach holen müssen. Das müssen wir uns erkämpfen. Das erinnert mich ein bisschen an Paper Mario 2. Äh. Da gab es ja auch ein ganz Kapitel, was nur ums Kämpfen ging. Mario, wichtige Neuigkeiten. Du weißt ja, hier kannst du gegen Gegner aus fröhlichen Kämpfen antreten. Aber wenn du den Kampf der Klasse 1 gewinnst, winken die Penn Händen down als Preis für den Sieg. Also besiege den Gegner in Klasse 1 und schnapp dir die Penn Händen down. Kampf oder Riesenkampf? Ah, ich mach mal einfach Kampf. Äh. Muss ich jetzt alles schaffen oder eins davon? Was sind denn überhaupt diese Zahlen? Aber jetzt heißt das, wie viel Geld ich dafür ausgeben muss? Äh. Maximale Züge 6. Keine Ahnung. Okay, probieren wir es einfach. Ich hab keine Ahnung. Wir müssen wieder gegen Boss-Gegner kämpfen. Vor allem, wir sind doch in einem Traum. Wieso ist Luigi dann der normale Luigi? Okay. Ach, das war... Moment, wie ging das nochmal? Schäbepad nach rechts, Bombe werfen. Ja, aber das muss man relativ schnell machen, ne? Ah, zu früh. Ja, ich glaub... Besser schon mal als beim ersten Mal damals, aber... Immer noch ausbaufähig, denke ich. So, ähm... Und mit Luigi... Oh, Traumaschleuder ging ja voll in die Hose. Moment, nochmal spannend. Schäbepad nach unten gedrückt halten, B-Knopf gedrückt halten. Neige das System... Oh Gott. Okay, wir probieren's. Und wie neige ich? Äh... Wie... Hab ich noch Zeit? Ja. Gut, ich weiß nicht, wieso es kein Exzellent war, aber... Es war schon mal besser als nix. So, jetzt probieren wir das nochmal. So. Müssen wir einmal einen Rhythmus drin haben. Ja, es wird immer ein bisschen besser. Autsch. Wieso ist jetzt überhaupt meine Ordenleiste leer? Was soll denn das? Gibt's das nicht hier? Also, klar, man konnte die auch extra vorher auszählen, so wisst ihr. Deswegen wundert mich das. So. Und zielen. Boah, das mit diesem Neigending... Ist nicht gut. Wieso geht der immer nach... Was zur Hölle? Wieso geht der immer nach links? Ich wollte die ganze Zeit nach rechts und dann ist er immer weiter nach links gegangen. Okay. Am Ende wartet er eine große Bombe. Aber ich krieg's irgendwie nie hin. Ich hab grad auch voll die Konzentration verloren. Als ich nur auf die große Bombe geachtet hab. Wow. Gut, das war jetzt nicht so die Attacke, aber hier hab ich echt ein bisschen Probleme. Vor allem, weil er immer nach links neigt. Und ich eigentlich nach rechts muss mir. So. Ja, es war gut, man. Diesmal war es anständig. So, meine Ordnleiste füllt sich langsam. Boah, ich schaff nie den letzten. Das ist voll mies. Ich müsste noch schneller dafür sein. Aber wir haben es geschafft. Wir haben die Mission erfüllt. Unter sechs Runden, ihn zu zerstören. So, meine Ordnleiste füllt sich langsam. 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 So, meine Ordnleiste füllt sich langsam.